Der Schock sitzt tief. Es sind schwere Stunden hier bei dem Gebietsligisten SV Oberndorf in Niederösterreich. Seit Montag weht hier eine schwarze Fahne der Trauer für ihren Spieler, den 20-jährigen Markus. Es war kurz vor Abpfiff der Partie zwischen dem SV Oberndorf und dem Ötzeilern am vergangenen Sonntag, als Markus plötzlich verletzt am Boden liegen bleibt. Der 20-Jährige hatte sich in einem Zweikampf das Schien- und Wadenbein gebrochen. Ein Notarzt kann ihn am Spielfeldrand noch erst behandeln, ehe er dann in das Unfallkrankenhaus am Stetten gebracht wird. Noch am Abend wird er dort erfolgreich operiert. Alles scheint sich eigentlich zum Guten zu wenden. Doch dann in der Nacht ein plötzlicher Alarm. Markus muss auf die Intensivstation. Völlig unerwartet stirbt der 20-Jährige dann an einem Blutgerinnsel im Gehirn, was scheinbar nichts mit dem Unfall zuvor zu tun haben soll. Fassungslos äußerte sich auch der SVO-Obmann Elmauer. Er sagt, das kann keiner fassen, die Zeit steht still, Fußball ist für uns zur Nebensache geworden. Ja, ein ganzer Verein und natürlich alle Angehörigen von dem 20-jährigen Mittelfeldspieler Markus sind in tiefer Trauer. Und es wird auf jeden Fall noch eine ganze Zeit lang dauern, diesen tragischen Tod zu verkraften. Untertitelung des ZDF für funk, 2017